Fans empört, Schummelte sich Jelis Kock zum Promi-BB-Sieg? Nicht jeder im Netz freut sich mit ihr. Vor wenigen Tagen holte sich Jelis Coach, 30, den Sieg bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother und dürfte ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Nachdem ihr 55% der Promi-Flaschnutzer den ersten Platz gegönnt hatten, häuften sich jedoch auch negative Kommentare. Die Fans werfen der Gewinnerin unfaires Verhalten vor, Schummelte Jelis etwa für ihren Sieg im Promi-BB-Finale? Dies deuten die Kommentare auf Social Media an. Unter einem Promi-Flash-Beitrag auf Instagram beschweren sich die Leser, Jelis hat beim Spiel geschummelt, trotz mehrfacher Ermahnung. Wenn das nicht nach Fake riecht. Und ein anderer stimmt zu, von der Schummlerin zur Gewinnerin. Unter anderem soll die Ex von Jimmy Blue Ochsenknecht, 31, bei dem Spiel mit dem Jenga-Turm heimlich nachgeholfen haben. Zu den Anschuldigungen äußerte sich die Beauty bisher noch nicht. Dass sie sich über ihren Sieg freue, hatte sie jedoch bereits dankbar verkündet. Oh mein Gott! Danke, danke, danke! Das ist wie ein Traum für mich. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas gewonnen habe, freute sich die Gewinnerin unter Tränen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas gewonnen habe.